Was sind Teile verkauft? Ich dachte, das schaffen wir jetzt auch geil. Aber es hat eine fette Rüstung, die ich eigentlich haben will. Ich muss was mit anfangen können. So, Bauern. Benützten, benützen! Ah... Da lang. Oder? Ja, da hinten in der Hölle. Oh, bitte nicht so was Fettes. Ah, Gorilla, alle drei einzeln? Ah, alle drei einzeln. Okay, dann machen wir das so. Drei einzelne sind immer blöd. Obwohl es gleiche Monster sind. Ah, die halten viel aus. Die halten viel aus. Okay, 150. Wow! Ja, die machen auch viel Schaden. Der wäre auch geil für ein Team. den gegen den... den Flinken da auszutauschen. Hm... Ich seh was, ich seh was. Hallo! Ah, Kampf MK2. Jawoll! Scheint mir recht kraftvoll zu sein. Der gute Typ hier. Scheint auch. Boah, Feuer macht mit dem kaum was aus. Der hält auch extrem viel aus. Der hält auch extrem viel aus. Ja, den will ich ins Team. Der kraftiert doppelt an. Das ist auch nochmal gemein. Aber das hat er nicht ausgehalten. Jetzt gibts hier den. Mit Gold. Mit Silber. Okay. Aber ich will den nehmen. Ein von den zwei, ja. Steinreich. Ziegelmann. Ja, die müssen nämlich bald verschinden. Fackelmann. Okus. Hat der auch König. Tanzende Flamme. Seht ihr das? Das ist ein Schlitzer mit den Krallen. Guck ich mal, wie Flink hat er 125 an. Hat er irgendein noch mehr gehabt? Ich glaube, wenn der hackt Zilla. Auch nicht mehr so viel. Hurri Schleimschöpf. Der hat viel, der hat viel, äh, Ding. Angefunden. Das ist ja so schlimm ist er nicht. Aber ich nehme. Ist ja so ein. Ich tu den weg. Ja. Schonmal geil. Äh. So hinterfü- Nein. Ah. Verdammt du bist. Jetzt haben wir einen Cup 2. Nein. Das könnte nach einer Fortsetzung in der Arena riechen. Warte mal. Wir schauen mal grad auf der Karte. Wir sind jetzt gerade hier. Ja. Da ist ein Fuchs. Lauf ich jetzt richtig diesmal? Ja. Diesmal lauf ich richtig. Die, 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 dü deu, dü, 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 dü. Oh, Frostflammler, geil. Ich tausche nachher mal den Huxilla aus, weil Thalos ist Bombe drinnen. Der Huxilla hat Doppelangriff, aber ist halt nicht so flink auf dem Bein. Dieser Korille, der ist der Hammer. Hält auch noch viel aus, wenn der als Monster-Version wäre zum Mitnehmen, ist ja schon gut. Monster-Team. Und zwar Huxilla mit Reserve austauschen. Schaut dir mal die Werte an. Der hat viel mehr Leben, Angriff hat da ein bisschen weniger. Dafür Abwehr ziemlich hoch und die Flickheit extrem hoch. Deswegen ist das eine gute Wahl. Ah, eine Kiste. Hoppa. Ah, von der falschen Seite, ja. Ich weiß. Eine Mini-Midalie. Jetzt können wir bestimmt nicht hier runterspringen. Schade. Oh, Frostflammen, ich glaube es nicht. So, jetzt probieren wir es mal aus. Das Team was gut bringt. Ja, guck dir mal. Der kann zweimal angreifen. Der hält gut aus. Eis ist auch gute Resistenz. Ja. Keil. Kann ich nur sagen. Geil, geil, geil. Jessica Stufe 3 ist endlich. Dankeschön. Gibst du mir mal Punkte und dann packen wir mal alles in. Stapern einen noch in Sexy Peel. Dann machen wir das so. Ja. Natürlich nicht kaum was gebracht. Aber halt die beiden Dinger gut ausrüsten. Kuckuck, guck, 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 guck. Schau mal, wir werden natürlich auch Monster auftauchen. Aber wir fangen links an. Ah, gleich das Richtige, aber ich schnitt Ruhe. Der Kräutergrotte Und Monster. Die Hellhunde. Hm. Kreisjäger, Genghis, die Sense, Jessica machen wir mal Schmor und Angelo. Welchen Zauber haben wir hier? Wir haben noch Schwupp. Das heißt, wir haben eigentlich gut Wenn es so welche Gruppen sind, dann kann man richtig gute Angriffe raushauen. Oh, Konzentration. Nicht gut. Und einen guten Schaden machen sie. Einen richtig guten Schaden, ja. Aber wenn wir sehen, 5 sind's. Sind's über 150 Schaden. Und 3 gleich in die Hölle geschickt. Na, der gelähmt ist. Würde ich sagen, greift mal den an. Jenghis greift den auch mit an. Jessica hat im Gepäck. Das. Und den da hin. Okay, down. Öpa. Mal ihn umsitzen. Besser kann sie laufen. Außer es werden jetzt noch Jenghis und Flash noch ein Level steigen. Äh, da ist das große Innere. Kann ich noch ein bisschen zerstören. Vielleicht finde ich irgendwelche Kräuter. Hosenwitzbindel. Oder Böschel? Ich glaube, Böschel oder Böschel. Oh, da ist nix, wo wir lang gehen müssen. Wow. Öh. Ähm. Alle heilen brauchen wir nicht. Was ist denn hier? Achso. Befehl folgen. Das kann ich eh nicht benutzen. Und es riecht nach dem... Dass es rutschig wird. Ähm. Ja. Merkur. Wind. Schmor. Und vielleicht... Wirwa. Wirwa klingt auch gut. Ja, Schmor. Schmor. Das verwirrt, das ist super. Pauli, sie... Also besser kann es nicht laufen. Wenn sowas immer ist, dann ist das geil. Na, Jessica, was kommt denn jetzt wohl danach? Der Hund als Gegner? Ein Zwischenboss? Aber ich hatte schon Bock drauf. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Oh, no. Ah. Okay, man musste ganz drüber gehen, dann geht das hier. Noch eine Tour für mich. Und dann Münzen. Why not. So. Ganz vorsichtig drüber gehen. Dann können wir nicht runterrutschen. So, geht es jetzt hier. Ja, ich gehe jetzt weiter in die Höhle rein. Das ist geil. Okay. Ähm. Ich sehe da eine Truhe. Ich sage das. Ich sehe da, ich sehe da. Ich sehe da, ich sehe da.